Oh nein, bitte nicht dieses 21. Jahrhundert. Heidi, teilt die, es gibt keine Verliererscheiße. Das sind erwachsene Menschen, die können das doch ab. Und ich dachte so bei mir, wäre doch jedes Problem so einfach aus der Welt zu schaffen. Liebeskummer, Hungernot, Arbeitslosigkeit, Streit, Stress, Druck, Stau, Angst, Hass und Sorgen. Frankfurt Allee, hier bin ich zu Haus. Frankfurt Allee, ich ziehe nie wieder aus. Danke. Applaus